Ja, man macht nie, was man sagt. Rüber. Ja. Ja, Mann, was ne Bude. Ja, ist doch klar, wie du immer mit derselben Mannschaft denkst. Wenn sowas wenigstens auch am Wochenende machen willst. Gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Du, ich hab Schuhe vom Sportschrei. Da hau ich das Ding genauso in den Winkel wie an der Konsole. Was denn? Vielleicht sollte ich dem Royce auch welche holen. Wir haben mal ne Idee. Wird es auch funktionieren. Ich würde dir mal empfehlen, zum Intersportschrei zu gehen. Das mache ich. In diesem Sinne, kommt vorbei beim Intersportschrei oder besucht uns auf www.schrei.shop